Herr Söder, was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte. Gleich geht's weiter. Mensch, Herr Söder, es fing doch eigentlich alles so gut an bei Ihnen. Jung, dynamisch und damals noch so gut aussehend ins Leben gestartet. Die hat dann in die Politik abgerutscht, um am Ende kläglich in der Raumfahrt zu enden. Wie, das mit der Raumfahrt, verstehen Sie nicht? Mit der Raumfahrt haben Sie nichts zu tun? Doch, doch, Herr Söder, schauen Sie doch mal hier. Sie fliegen doch jetzt im Hohenburgen raus, aus dem Bayerischen Landtag. Was sagen Sie denn eigentlich dazu, dass Ihre Untertanen die Bürger Bayern entsödern wollen? Mit antisemitischen Sprüchen arbeiten und die gesamte Demokratie ablösen wollen, kann ich nur eines sagen. Einschüchtern, bedrohen lassen wir unsere Demokratie nicht. Und darum sage ich, jeder, der verunsichert ist, dem reiche ich die Hand. Aber den Querdenkern und die AfD, die das unterstützt und mitträgt, den zeigen wir ein massives Stoppschild, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das lassen wir in unserer Demokratie nicht zu. Kommen Sie, das ist ja jetzt echt peinlich. Sie klammern sich ja an die Macht wie ein kleiner, jammernder Bub in Lederhose an Mamis Dirndlrockzipfel. Das Volksbegehren wurde also von Menschen ins Leben gerufen, die mit antisemitischen Sprüchen arbeiten? Quasi böse Rechte? Kommen Sie, Sie werden doch wohl nicht noch am Ende Ihres Abstiegs ein schwurbelnder bayerischer Verschwörungstheoretiker werden? Oder? Na, wir schauen mal, was Ihr großes Vorbild Franz Josef Strauß zu Ihrem Geschwurbel sagt. Haltet doch den Mund, Sie droht doch. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie kein Hirn haben, halten Sie das Maul wenigstens. Ich schließe mich in dem Fall Herrn Strauß voll und ganz an. Denn wo er recht hat, hat er recht. Das Volksbegehren ist ein gesetzlich normiertes Mittel der direkten Demokratie, den Willen des Volkes umzusetzen. Alleine nur dieses Recht in Frage zu stellen, zeugt von Ihrem verschrobenen und mangelndem Demokratieverständnis, Herr Söder. Ja, nun schauen Sie nicht so grimmig. Ja, Sie sind doch sonst nicht so eine Spaßbremse, wenn man sich so Ihre Karnevalskostüme anschaut. Eine wahre Meisterleistung. Sie sind quasi die Heidi Klum der Politiker-Karnevalsszene. Wissen Sie noch? Hier, als Ludwig XIV. Ja, wie passend. Der Sonnenkönig lebte wie Sie auch den Absolutismus als Herrschaftsform. Oder hier, mal als Cem Özdemir. Und hier, als Leidgeplagter Ihrer eigenen Politik. Verkleidet als Horst Seehofer. Ach nein, 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 Sie sind ja der Gandhi. Sie sind als Gandhi verkleidet. Kennen Sie übrigens das berühmte Zitat von Gandhi? Zuerst ignorieren Sie dich, dann lachen Sie über dich, dann bekämpfen Sie dich und dann gewinnst du. Schade, dass das für Sie nicht zutrifft. Und hier verkleidet als Edmund Stoiber. Sie schelmen. Ja, ebenfalls sehr passend. Auch er legte ja wie Sie einen steilen politischen Abstieg hin. Allerdings besaß er am Ende wenigstens noch einen Funken Anstand und trat von selbst zurück. Das kann Ihnen ja nicht passieren, nicht wahr, Herr Söder? Sie nötigen die Bürger lieber. Sie muss man erst mit einem demokratischen Notstandsinstrument, dem Volksbegehren, in Schimpf und Schande aus dem Amt jagen. Hier, als, ui, das ist mir jetzt irgendwie dazwischen gerutscht. Wobei, da steht Ihnen auch ganz gut zu Gesicht. Hier mal verkleidet als Gott. Ach nein, ich sehe gerade als Gandalf. Ja, sehr schön. Zäh, Sie als Gott verkleiden. Das bei Ihrer Bescheidenheit undenkbar. Ach, übrigens, die Nummer eins der Top Ten unter den Gebeten in Deutschland ist zur Zeit. Gott beschütze Bayern und uns vor dem Söder. Na bitte, Herr Söder, beten brauchen Sie jetzt nicht mehr. Der Herr im Himmel ist gewiss nicht mit Ihnen. Denn der ist bei uns, drum ja, das Volksbegehren. Hier mal als Merlin Monroe. Ui, 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 ui. Also, das geht ja gar nicht. Für Merlin Monroe sind Sie einfach etwas zu fett im schmutzigen Geschäft. Hm, etwas selbstüberschätzend als Prinzregent Luipold von Bayern. Auch sehr schön. Der hat ja das Königreich 25 Jahre immerhin erfolgreich regiert. Na, das haben Sie ja nicht mal annähernd geschafft. Also, ich vermute ja, ein Experte vom Psychologe könnte alleine nur anhand ihrer Kostümauswahl zumindest Größenwahn oder Narzissmus verstellen. Aber das vermute ich nur. Das Bayerische Verwaltungsgericht stellte ja fest, dass ihr Lockdown verfassungswidrig war. Ich übersetze das Wort Lockdown kurz grob in das, was es tatsächlich ist. Freiheitsberaubung, psychische Folter, Nötigung, Kindesmisshandlung und Wirtschaftsschädigung. Sagen Sie, Herr Söder, wer haftet eigentlich für diese immensen Schäden, die Sie damit angerichtet haben? Sie, oder? Ach nein, Sie sind ja Politiker und müssen für Ihre verfassungswidrigen Handlungen nicht haften. Oder hier noch einmal ein schöner Einblick in Ihre Überheblichkeit und Arroganz in vollem königlichen Glanze. Sie, Herr Söder, behaupten, der Föderalismus stöße an seine Grenzen. Ich sage Ihnen, Sie haben das föderale Prinzip nicht verstanden. Denn hier geht es nicht darum, dass die einen den anderen den Willen aufzwingen, sondern dass die Bundesländer in Kooperation zueinander stehen. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Virokratie. Herr Söder, Sie warnen uns ständig vor einem Kontrollverlust. Dabei sind Sie es doch der vor lauter inszenierter Corona-Panik-Außer-Kontrolle gerät. Das wissen Sie. Und deswegen schlagen Sie jetzt auf jeden ein... Schlagen Sie auf all diejenigen ein, die Sie jetzt kritisieren. Tagtäglich ziehen Sie die Daugenschrauben enger. Ihre Folterinstrumente sind... Wenn Sie, wie eben angekündigt, die Massenpflicht mit der Helmpflicht vergleichen, dann zeigt es, wo die Reise hingeht. Nämlich auf eine Maskerade auf Lebenszeit. Und Fakt ist auch, Sie sind dafür verantwortlich, dass jetzt Millionen Menschen in Kurzarbeit oder bereits arbeitslos sind, dass zahlreiche Existenzen bedroht sind, dass traditionsreiche bayerische Gaststätten und Geschäfte schließen müssen, die Wirtschaftskrisen und Weltkriege überdauert haben. Deswegen schützen wir die wirklich Kranken, unsere Risikopatienten und unsere Senioren. Aber stoppen wir denjenigen und diejenigen, die uns krank machen vor Angst und Panik. Und genau deshalb, Herr Söder, begehrt die Mitte der demokratischen Bevölkerung jetzt auf. Deshalb das Volksbegehren Landtag abberufen. Die Gründe für dieses demokratische Notstandsinstrument? Ganz einfach. Es geht um den Verrat der politischen Klasse an ihrem eigentlichen Auftrag, dem Volk zu dienen. Ein Volksbegehren ist die Ausübung direkter Demokratie. Und wenn sich jemand gegen die Verfassung stellt, so wie Sie, sollte er abgewählt werden können, Herr Söder, oder? Genau das ist Demokratie. Ziel ist es, Sie und den Bayerischen Landtag abzuberufen und durch Neuwahlen neu zu besetzen. Auslöser war ja die Scheiß-Corona-Politik des Landtags, mit der die Politik gegen die Bayerische Verfassung, das in dem Sie verfassungswidrige Ausgangssperren vererlassen haben, verstoßen hat. Sie, die Regierung und große Teile des Landtags wurden vom obersten Bayerischen Verwaltungsgericht, da jetzt ja offiziell als Verfassungsbrecher bloßgestellt. Bitte, auf dieser Grundlage haben Sie, das Parlament und die Regierung jede Legitimation verloren. Deshalb jetzt Volksbegehren, Landtag abberufen. Hätten Sie auch nur einen einzigen Funken Anstand gehabt, dann wären Sie längst zum Wohle der Bevölkerung von selbst zurückgetreten. Schauen Sie, Bürger gehen schon in die Luft, so sauer sind die. Was sagen Sie dazu? Das halte ich also alles für eine Form auch der Überzogenheit an der Stelle, die ich auch nicht gut finde, aber wir werden dann am Ende sehen, was rauskommt. Das ist ein Rechtsstaat und da wird es eine Entscheidung geben. Ich hätte da zum Schluss für Sie und Ihre Kollegen der politischen Klasse noch einen super Kostümvorschlag für Karneval 2022. Sie können dann, nach dem, was Sie alle alles der Bevölkerung in den letzten Monaten angetan haben, alle gemeinsam in schwarz-weiß gestreift feiern gehen. Natürlich in einem extravaganten Ballsaal. Ja, mit schwedischen Gardinen. Das Ganze selbstverständlich, wie gehabt, Herr Söder. Natürlich alles auf Steuerzahlerkosten, versteht sich. Satire Ende. Bitte, Herr Söder, Sie haben das letzte Wort. Und das ist ärgerlich. Das macht viele aggressiv. Das stresst viele. Und ehrlicherweise wäre ich froh, wenn es auch vorbei wäre. Ja, so sehe ich das auch. Spätestens jetzt sollte jeder Einzelne in Bayern sein Recht nutzen und mit seiner Stimme Herrn Söder und dem Bayerischen Landtag abberufen. Deshalb tragen Sie sich bitte bis Mittwoch, den 27.10.21 in Bayern in Ihrem Rathaus ein. Für die Demokratie, denn Bayern muss endlich entsögert werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Alle wichtigen Links zum Thema finden Sie in der Beitragsbeschreibung. Mein Name ist Anja Heussmann von Einwandfrei TV. Ich arbeite seit neun Jahren im Namen der Demokratie und Gerechtigkeit für Frieden für jeden Menschen weltweit. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung meiner Arbeit. Und ich freue mich, wenn du meinen Beitrag weiter teilst. Vielen Dank. Vielen Dank.